Gian Domenico Mesto ist ein italienischer Fußballspieler, der aktuell bei Panathinaikos Athen unter Vertrag steht. Vereinskarriere Mesto spielte die letzten Jahre seiner Jugend beim Regina Calzico und rückte bereits 1998 in den Profikader des damaligen Zweitligisten auf. Nachdem er in der Aufstiegssaison 1998-99 zu einem Einsatz kam, wurde er in der darauf folgenden Saison nicht berücksichtigt. Daher wurde er in den Spielzeiten 2001 und 2001-02 jeweils verliehen. Zurück bei Regina schaffte er es bis zur Saison 2004-05 sich einen Stammplatz bei Regina im defensiven Mittelfeld zu erspielen. 2007 zahlte Udinese Calzico 4,5 Millionen Euro an Regina, um 50 Prozent der Transferrechte von Mesto zu erwerben. Zudem spielte Mesto in der Saison 2007-08 für die Mannschaft aus Udiné. Nationalmannschaft Mesto war Teil des italienischen U21-Nationalkaders, der bei der U21-Europameisterschaft 2004 in Deutschland den Titel errang. Im selben Jahr stand er auch im Kader der italienischen Olympiamannschaft, die bei den Sommerspielen in Athen die Bronze-Medaille gewann. Mesto kam dabei zu insgesamt drei Kurzeinsätzen. Am 9. Juni 2005 gab er unter Trainer Markello Lepi gegen Serbien und Montenegro sein Debüt in der A-Nationalmannschaft Italiens, als er in der 35. Minute für Mauro Esposito eingewechselt wurde. Mesto wurde der erste Spieler der Regina, der für Italien in einem Marländer-Spiel zum Einsatz kam. Erfolge Italienischer Pokalsieger 2013 für Zehntel 1. Juni 2005-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014